Gott sei mit euch zum Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, bieten und Psalmen singen. Bieten, wenn es einem schlecht geht, Psalmen singen, wenn man guten Mutes ist. Man könnte auch sagen, egal wie es dir geht, ob du leidest oder fröhlich bist, beten geht immer. Wundern 중에, wundern 중에, wundern 중에, wundern. Was ist beten? Beten ist kontakt aufnahme zu Gott. Bieten, als Christen, lassen wir uns diesen kontakt durch Jesus übermitteln. Christus, wir müssen Jesus übermitteln. Menschen nennen Gott mein Name. Sie bitten, Sie klagen, Sie danken oder Sie mochen. Menschen, die zu der Bibel, die wir gerade gelesen haben. Menschen, die zu der Bibel, die zu der Bibel, die wir gerade gelesen haben. Wir fragen, was wir von dieser kontakt aufnahme an der Tat wissen? Wir wissen, dass wir heute in der Bibliothek-Konfer-Konfer-Konfer-Konfer-Konfer-Konfer-Konfer-Konfer-Konfer-Konfer-Konfer-Konfer-Konfer-Konfer. Wenn Menschen klagen, dann haben sie allen Grund, Gott in den Ohren zu liegen, warum er nicht schon längst tätig geworden ist. Und beten bringt sofort eine bestimmte Veränderung mit sich. Wir reden kaum normal, sondern wir übel oder wir weinen. Wir verändern unsere Körperhaltung. Wir fallen die Hände. Wir sitzen oder wir stehen auf. Wir sitzen und wir stehen auf. Wir sitzen und legen und sitzen. Wir stehen auf. Wir stehen auf. Wir stehen auf. Wir suchen einen Raum, eine Kirche auf, treffen uns miteinander, und so nennen wir es Gottesdienst. Beten ist Gottesdienst. Gott bekommt unseren Gesang, unseren Gebet. Wir arbeiten dafür, dass Gott da ist mit seiner Hilfe, mit seiner Klarheit, mit seiner Orientierung. Gido는 예배입니다. 하나님께서는 우리의 찬양과 기도를 하십니다. 하나님께서 우리와 동의하시며, 우리를 도와주시며, 우리에게 헌신을 주시고, 우리에게 방향을 지시해 주실 것을 기대하며, 우리는 기도합니다. 하나님께서, 왜 기이 바로라고 하는 weg,AAAA, 하나님께서는 finely estamos dando Rocky'ns inferior 하나님께서는 mine 이야기에 대해서는 가장 응원합니다. 하나님께서, 하나님께서 내 triböyle, 하나님께서 하나님께서 내 du 세상을 원� bathroomonde을 하时候 타오를 견 to purchase befaring 있습니까? sondern das Gebet ist noch eine Brücke zwischen zwei Themen, die in keiner Schrift, sonst in Neuen Testament, in Jakobus, nicht so wichtig ist, nämlich das Verhältnis zwischen Glaube und Tum. Glauben? So sagt der Jakobusbrief immer wieder, schön, wenn du ihn hast. Aber der beste und schönste Glaube, er nutzt nichts, wenn er dich nicht zum Handeln bringt. Wozu sonst die Zehn Gebote, wozu sonst Jezu weise? Und ganz besonders wichtig ist in Jakobusbrief, das Gebet, wenn eine Gemeinde, es mit Krankheit und Leiden von Gemeindekindern zu tun bekommt. Früher hat man Krankheit ganz anders verstanden als heute. Es war nicht die Folge, dass ein Organ nicht mehr gut ist oder krank ist, sondern Krankheit war Ausdruck dafür, dass ein Mensch die Macht von Gott an sich bedrängend und als fremd anfang. Und die Psalmen sagen immer wieder, wie ein kranker Mensch, wie ein kranker Mensch wie ein kranker Mensch wie ein kranker Mensch, Gott um eine Antwort bittet. Warum hat man einen kranker Mensch? Wie ist das gedacht, dass es sich an der Heiligen Gebet von Gott an sich bedrängend zu tun? Und die Heiligen Gebet von Gott an sich bedrängend zu tun? Warum ist das nicht so? Und um diesen Zusammenhang zu erfahren, dafür war das Gebet die erste und beste Medizin. Zuerst muss das Verhältnis zu Gott wieder ins Heide gebracht werden, wieder geheilt werden. Dann erst konnte man auch auf körperliche Gesundheit kommen. Aber er hat sich überhaupt nicht darum gekümmert, was die Spekulation über die Ursa und die Ursa, oder Schuld angeht, sondern er meinte sich vorbehalte aus einem kranken Menschen zu. Er meinte, Das ist das andere. Jesus Christus, der Gebet der Gebet der Gebet der Gebet der Gebet der Gebet der Gebet, dann muss Jesus hineinlassen und Jesus vor die Füße gehen. Jesus spricht diesen Gelähmten, Vergebung der Schuld hinzu, Und dann steht er auf, nimmt sein Bett und geht. Und in der Geschichte steht, weil es da eine Gemeinde von vier Menschen gibt, die den Gehlenm vom Dachδαack Jesus v personalized anbringen. Die Da ist im wahrsten Sinne des Wortes ein tätiges Gebet. Das bedeutet, dass die Gemeinschaft der Gemeinschaft mitarbeiten und sich von Jesus anziehen lassen. Nicht, weil sie mit ihrem Glauben an sich selbst denken, sondern weil sie wollen, dass andere Wünsche gesund werden wollen. Jesus zu den Menschen, die Menschen zu beenden, die Menschen zu beenden, die Menschen zu beenden, sondern andere Menschen zu beenden. Vielleicht hat der Verhaßer des Jakobusbriefs genau diese Geschichte vor Augen, wenn er schreibt. Aber auch die Glauben der Glauben des Glaubens wird in Krankenhäfen und der Herr wird in Aufricht und wenn er sie in Tarnat wird in Vergangenheit. Das Glauben des Glaubens, das Glaubens von anderen hilft kann man mit. Glaubens von anderen Menschen zu beenden, die Menschen zu beenden, die Menschen zu beenden. Damals in der Gemeinde bei Jakobus, da waren die Zuständigkeiten für das Gebet eindeutig geregelt. Wir hören von Eltesten der Gemeinde, deren Aufgabe es war für den Kranken zu beenden, ihn mit Glauben zu beenden, Glauben des Glaubens. Ich bin sicher, das oder so etwas Ähnliches gibt es auch bei Ihnen hier in der Gemeinde, das gibt es auch bei uns. Wir hören uns nicht mehr davon, weil es ein Gebet im Stillen ist. Wir haben in unserer Gemeinde einen diakonischen Hausbesuchsdienstkreis. Menschen werden besucht, sie kümmern sich um einander und im Gottesdienst sind wir mit dem Gebet zusammen. Die Kirche von den Menschen zu beenden, die Menschen zu beenden, die Menschen zu beenden und ihre Menschen zu beenden. Jakobus sagt, Jakobus sagt, Wir kennen einander, die Sünden. Wir beten einander, das wir gesund werden. Jakobus sagt, Jakobus sagt, Es betrifft die ganze Gemeinde. Wenn aber nach Meinung des Jakobus liebes eine Gemeinde gesund ist? Wenn Sie aus der Erfahrung kommen, dass Gott Sünden nicht zurechnet, beten kann. Von Jesus wissen wir, Gott wendet sich vorbehaltlos Krankheit zu. Und darum gehören auch Krankheit hinein in die Gemeinde. Und an ihnen können Gesunde auch erkennen, Krankheit und Gesundheit stehen in einer guten Beziehung zu Gott. Am Schluss sagt Jakobus, das Gebet vermag viel. Aber viel können wir in dieser Hinsicht für unsere Gesundheit tun? Alles andere tut Gott. Und in der Gemeinde können wir uns darauf, auf jede Weise darauf verlassen und uns dafür einsetzen, dass, weil Gott alles tut, Kranke hilfreiche beantworten und Pflege bekommen. Der Jakobusbrief erinnert uns daran, dass das schon immer eine Aufgabe der christlichen Gemeinde war. Und so ist es auch heute Aufgabe der christlichen Gemeinde, alle Wege der Gesundheit zu unterstützen, weil wir glauben, dass Gottes Kraft auch durch Sie wirkt. Ja. Und so ist es. Und so ist es. Und so ist es. racesch. Und das ist ein, was wir tun. Und so ist es. 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 Das beste Krankenhaus, das gerechtes Gesundheit System, die ambitionierteste Therapy, sie kann Menschen mögliches, möglich machen. Das ist auch ein Segen und unser Dank gilt den vielen Ärzten, kranken Schwestern und Fliehenden, die ihr Menschen, ihr Bestes gibt. Nicht alles, aber viel können wir für die Kranken und die kranken Menschen im Kleinen tun. Für alle von uns hat in ihren Progenen oder in ihren Angetanen, ab und zu verändern, wir waren in ihren Angetanen. Ein wohltuender Blick, das Erfassen einer Hand, das Bitten um Entschuldigung, ein von Herzen kommender Wunsch. Jemanden ansprechen, an ihn denken, ein anderer gute Nachbarn sein. Alles Therapy, die nichts kosten, außer dass wir Jesus folgen und für andere sind. Wir sind mit Jesus verbundenen. Uns ist viel zugetraut. Und wir dürfen das auch von anderen erwarten, wenn wir selbst immer krank werden. Wir sind immer, immer, bleibt uns diese Möglichkeit, das Gebet des Gerechten von Markfiel des Garnes ist. So ein RUTTER übersetzt. 항상 그 문은 열려 있습니다. RUTTER는 이것을, »Winne kann auch heißen, viel vermag das energische Gebet des Gerechten«. Wenn auch unser Gebet schwach erscheint, das Gebet des Gerechten, der vom Kreuz her, von Gott ins Recht gesetzt und vom Tod aufgerechnet wurde, dieses Gebet bleibt für uns energisch und voller Kraft. RUTTER 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 RUTTER